konnichiwa liebe youtube freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge von NHL 19 mein name ist jay saki und ja wie in der letzten folge schon gesagt haben müssen wir uns entscheiden wie wir unser spiel modis anfangen ich möchte schon das spielen um dann zu zeigen oder zu sehen wer mich pick ist das richtig ich möchte spielen das und das und wenn ich so gut bin wird mich jemanden picken aber was ist das nimm am memorial kapital um deine luach position zu bestimmen ich will es aber nicht bestimmen ich will nichts bestimmen wache sind wir diese sind wir und am auch schon so so record Das ist ein Blatt. Ja, das ist ein Blatt. Es ist ein Blatt. Das ist ein Blatt. Das ist ein Blatt. Ah, hier ist gleich Dings. Kannst ja gleich die Stärken gucken. New Jersey. Verteidigungen sind sie gut. New York Island, natürlich. Durchschnittsalter 24. Ist ja nur noch fresh, Junge. Ich mach mal das. Burry, Ari, Otters, Rims. Ja, sind alle durchschnittlich gut. Durchschnittsalter 18, 17. Ich gehe da, wo es 17 ist. Darf ich das nochmal. New York City. 60, 70. Oshawa Genres. Oshawa, das ist ein Blatt. Nyakawa. Ist das Soga? Still hat. Still ist. Watchin' the Wind blow. Watchin' the rain. So agh. Rangers. Kitchener. Kingston. Das ist ein bisschen besser Was ist das? Was ist das? Wie in den Lüben Wie im Lüben Ohtos Barry Kohl Das ist eine komische Namen Renzos Sop Barry Wolf Sorts Murray Krab Boah, der kommt auf Wappen. Ja, entscheide. Ich guck jetzt im Hintergrund nach Wappen. Diese Q10. Unsere Spitfire. Das ist so glittig. Das ist so glittig. Wir gehen zu Rangers. Bitte will ihr den Start? Alter, dein... Das Durchschnitt, Alter, 17. Man muss mal ganz jung machen. Komm, hier, man muss mal ganz jung. Schuss hier. Guck mir auch schon was. Okay, jetzt Showtime. Was? Zehn Minuten im Drittel? Schon mal fünf Minuten im Drittel. Eins bis zwei, sechs pro Drittel. Ja, vom Zehn. So können wir, glaube ich, eine Folge nochmal machen, glaube ich. Ein Game, eine Folge. Siehst du? Und sie haben sogar CCM. Länge zehn Minuten, Schwierigkeit Heilprofi, anspruchsvoll und dynamisch niedrig. So, das kann man machen. Ja, wir starten. Äh, was für Mundstück... ...farbe haben wir denn? Das sah so komisch aus. Neue Liga wird erstellt und Jay Soki aus Japan. Geboren aus Japan. Man lebt in Miami, Florida. Mit der Nummer 13. Jay... ...Soki. Danke, danke, danke. Seid so glücklich zu mir. Danke, danke. So, geht aus... ...Eis... ...und Bulli. Und Pam! Jay liegt auf dem Boden und blutet und heult und... ...keine Ahnung. So. Keine Ahnung, hier steht nicht. Mein Pro. 53 Stärke. Eieiei, wir sind wahrscheinlich auch... ...Reihen ansehen. Wir haben die Nummer 21. Bitte was? Okay, die haben sogar noch die... ...die haben sogar schon die Bilder von den... ...Kiddies. Petitian, hat auch kein Bild. Kaum im Club, Bruder. Colin, das ist auch mein Ding. Warum müssen die unbedingt so ein Bild machen von mir, bitte? ... ...Aber wo? Okay, wir haben... ...Joooooo... Ich würd grad sagen, wir haben uns nicht groß. Okay, die sind 19. 19, 18, der ist 16. 17, 17, 15. 19, 18, 16. Anscheinend sind wir Mutitalent. 15 mit dieser Größe. Ich glaub, wir wären noch paar Meter höher. Größe. 1,80 knacken wir auf jeden Fall. Willkommen im Team. Willkommen bei Kitchener Rangers. Schön dich an Bord zu haben. Du bist jetzt nur noch einen Schritt von einer... ...Profi-Karriere entfernt. Aber jetzt spielst du erst mal ein paar Saison für uns. Du hast viel Glück und lass dich da draußen nicht unterkriegen. Wir freuen uns schon drauf, deine offensive Durchschlagskraft eins zu setzen zu können. Ich bin 15 der Freude. Kommt! Richtig. Ich wollte dir gleich im Voraus meine Erwartungen mitteilen. Du startest erst mal in der dritten Angriffsreihe. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass du dort bleibst. Weil ich deine Leistung in den nächsten sieben Spielen genau analysieren werde. Abhängig davon werde ich im Laufe der gesamten Saison Position Änderungen vornehmen. Alles klar, Training, da brauch ich überspringen. Nein, komm, ich mach ein Training mit. Ah, krass. Wenn du meine Hand hast, ich weiß, dass ich bin, wie ich bin. Weil ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Der Rückstieg brauchen wir gar keinen Defensiv, ne? Offensiv ist Bomber. Kraftvoll Antritt. Ah, fünf Stunden, zwei Stunden. Jetzt sauge ich mir noch drei. Bulli noch einmal. Und Kraftvoll Antritt. So, ich muss nur einen Schluck trinken. Okay. Firebirds. Wo gab es die denn nicht? Ich glaube, das war ein Durchschnittsalter 18, oder? Firebirds. Warte mal. Firebirds. Firebirds. Warte mal. Firebirds. Warte mal. Warte mal. Ich muss nur noch mal. Ich muss ja mal. Ich muss ja mal. Ich muss ja mal ... Die Stärke schauen. Der Torwart ist der schlechteste. Okay, verstehe. Firebirds gegen Rangers! Okay, das wird die Trussendung. Okay, das wird die Trussendung. So geil gemacht mit den Bildern, sie wissen sogar von den Hohen, Zoom müsste Fifa sein, spiel so'n kleinen Arme Story hinter, nicht hier, Ellen Hunter, aber hier ist ja kein Arme Was ist das? Was ist das? Was ist das? Defense! Oh, es ist das! die minuten gehen ja richtig schnell schießen leute ich habe es geahnt warum? weil der Torwart so schlecht ist simulieren ein bisschen spielbar? ja ich fahre doch aus dem Abseits zum Glück weiß ich das hier ich habe doch nicht den Schläger ich habe doch nicht selbst getrunken oh 2-0 hat ihren Powerplay ausgenutzt oh das war das ist etwas schwierig Kotter eröffnen shit ich werde gerade schießen mach doch kein Bulli mit dem Game icing grünisch das ist richtig kein Schorn das ist richtig natürlich ich habe doch ich habe noch nicht das ist ein 5 auf 3 es ist ein Powerplay und es ist eine Chance zu zu tun eines der größten Probleme von einem 5 auf 3 ist die Teams zu treffend ja ich darf wieder rein und so schon trotzdem so rechts 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 fließt ach ich bin und so everybody will have to reset the rangers are at the wing in neutralize sieht die Schuze aus leute halbzeit oder keine ahnung erster viertel fortsetzt ist doch noch alles offen ne es steht nur 2-0 verletzt passt der war noch drin der war noch drin ach man schon schwierig mit dem ganzen Team gespielt dann wäre es ein bisschen einfacher das 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 der der das ist das die 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 Mach du rein! Mach du rein! Jawohl! Hört noch! Das ist... Fleisch gesehen! Auge, Auge! So, jetzt hör mal auf, Leute! Ich weiß es nicht. Kämpfen die? Ich weiß es nicht. Nein! Passwollung. Ja, 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 ja. Schluss. Nein, nein! Okay, sicher, sicher. Ah, ich bin draußen. Hey, ich hab Assis gegeben. Was ist los? So, lass mich raus. Komm rein, Mann. Dann gehen wir rein. Oh, Mann, sorry. Was? Man muss den Ball schon wirklich spüren, ey. Flint's winging it at neutralize. That pass along the boards. Loose Puck did not go well. Sehr schön. The Rangers are driving it from the wind. Using the point. He's got it. Woah! Miss. Verstand zu gut. Pfff! 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 He didn't have time, but he saved it anyway. He looked like the net was open for a second, but he shut it down. The Rangers have moved to the neutral zone. He must start links. Put one on! Outstanding save! And still another save! What a show! Vier halb Minuten, Leute. Lasst mich rein, lasst mich rein. Komm raus, komm raus. Take that pass that was just flipped ahead to him. Schieß doch! And he picks it up. Why do I play it right now? Flint's controlling play now off the way. Ah! What a shot! What a shot! Ah! A shot! The fire birds with possession in center ice. The fire birds with possession in center ice. Two's one! Broke it right up! I think. No, so much tricky. No, 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 no! No, 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 no! Vorgeschlagene Fokus, pokechecked. Okay, ich muss überlegen. Es hat vier... Sie haben, Sie haben! Sie haben, Sie haben! Sie hat sie! Was ist das ein Team? Was ist das Team? Der wär durch. Ist zur Bank laufen. Bank laufen wieder. Bank ist auf der rechten Seite. Teamplay, ich gebe doch voll gut ab. Sollte abgehen. Stickhandel durch die Neutral-Zone, Center-Ice. Using the point. Carries it to the corner. That one is pointed to him. Around through the corner. Save there. Let's go. Go. This game is going to wind down and be close right to the final horn. Each team has tried to reinforce their style of play on the other. It's just not happened. Good position in the slot. Pass up that right wing and he's got it. Brings it in for an attack. Back to the point. Oh, great cut! Oh, what a move! Oh, what a move! Oh, great job. Good pass. And hold on to that puck to get the whistle. Tor erfadig. Yeah, I'll try. I want to try that. I want to try that. I want to try that. And it is 2 to 1 the score in this one. Yeah, I'm not going to take it out of here. 4x4. I'm not going to try that. Look at that. Kitchener's got it in their own end, hoping for center. Shot on. That puck hit him on the way to the net. Right next to the line. Back in his defensive end to get it. Directing that one to hug. Gains the blue line. A backhand shot. Oh, what a block of that shot. He stood right into it. He took it back there. He pinned him to the glass. He shot him right down. Good job done with the stick. Way to break up that play. Way to break up that play. Shifts to the backhand and shoots. Right play, right pass up the right. Right play, right pass up the right. Team play, right pass up the right. Team play, right. What are you doing? What are you doing? Oh, that's right. I'm going to go back along and out of harm's way. I'm going to go back along and out of harm's way. And the game is over. Well played. Ach, just three. So this was a close game that resulted in victory. What's left in the US? Should have been a blow on this top of the series without a power block. Ach, you shit. Yeah, then it's clear that my team play is shit. Okay. I'm just gonna go and see. Yes, I'm 15. It's clear that my team is a bit of a bit of a knowledge. I'm not so aware of that. And everything we learned will be. Damn. 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 eingebildet. Aber spielen kann ich. Ups. Ah ja. Ja, und sind wir eben halt eingebildet, ne? Unser letzter. Ja, okay. Ähm, doa, ich mach jetzt Schluss, also Cuts und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Es hat Spaß gemacht, mal sehen, wie es weiterläuft. Und ja, wenn ihr noch weiter folgen wollt, dann lasst mal ein Daumchen, abonniert meinen Channel und die Glocke nicht vergessen. Und zu den Videobeschreibungen steht noch mein Social Media, da mal durchklicken, liken, kommentieren, alles was ihr wollt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Mein Name ist Jezaki und bis dann. Peace.